Die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen. Die Mitochondrien, unser Untersuchungsgegenstand, sind für die Zellatmung verantwortlich, sind die Kraftwerke, die die biochemische Leistung erbringen. Oroboros Instruments gibt es seit schon über 20 Jahren als eine Firma, die direkt aus der wissenschaftlichen Tätigkeit gewachsen ist. Wir sind weltweit führend mit unserem Gerät, dem OxyGRAFT 2K, der die Zellatmung misst und die mitochondriale Funktion bestimmt. Mit der hochauflösenden Respirometrie sind wir weltweit technisch führend. Diesen Vorsprung haben wir mit dem neuen Projekt Licht in die Kraftwerke der Zellen ausgebaut, indem wir zusätzliche Messfunktionen optisch in unser Gerät einbauen. Ein besonderes Merkmal von Oroboros Instruments ist die Kombination von Entwicklung, Forschung und weltweitem Vertrieb. Der Oroboros OxyGRAFT 2K ist weltweit im Einsatz, spielt eine bedeutende Rolle in der mitochondrialen Medizin. Die mitochondriale Medizin ist ein Schlüssel unseres zukünftigen Gesundheitssystems und ein Schlüssel zum Erfolg ist der nächste Schritt. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.